Die Liebe erträgt alles Glauben, alles Gehoffen, alles Schuldet an. Die Liebe hört niemals an. Liebe, wenn sie gelingen soll, verlangt uns auch einiges an. Aber am Anfang steht eben immer die vorbehaltlose, bedingungslose Zusage, ihr seid von Gott gelebt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Das ist egal, ob homosexuell, heterosexuell. Oder was auch immer, nach menschlichem Ermessen einfach irrsinnig. Denn wer weiß denn schon, was die Zukunft bringt? Wie ich mich entwickeln werde, wie sich der andere, die andere entwickeln wird. Ob das auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder gar in 50 Jahren noch passt. , wenn du auch in 20 Jahren glaubst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir bitten dich, säg mir diese Kerze. Sie möge brennen als ein Zeichen für die Liebe, in der sie ihren Lebensweg gemeinsam gehen wollen. Böge deine Liebe stets in ihren Herzen leuchten. Darum bitten wir euch, Christus, unsere Herren. Gott, der allmächtige Vater, segne euren gemeinsamen Weg. Er behüte euch, er schenke euch seine Freude. Der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, bleibe euch nahe und stärke euch alle Tage eures Lebens. Der Heilige Geist wohne in euren Herzen und entzünde in euch immer neu das Feuer seiner Liebe. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020